Schönen guten Tag, liebe Gruppenreisefreunde. Ich grüße Sie ganz herzlich direkt vom Herzen Prags. Wir stehen gerade am Pulverturm, wo die meisten Führungen auch vorbeikommen und woher auch früher Karl der Vierte seinen sogenannten Königsweg zur Prager Burg startete. Von hier aus sind das nur 10 Gehminuten zum Wenzelsplatz oder zum Altstädter Ring. Aber es befindet sich auch hier das prachtvolle Gemeindehaus. Und das Gemeindehaus zeigen wir Ihnen heute, damit Sie sehen, was man mit den Gruppen im Gemeindehaus unternehmen kann. Das prachtvolle Gemeindehaus wurde erlaubt im Jahre 1912 und es ist immer noch eine Jugendstil Berlin von Prag. Direkt nach dem Betreten beim Eingang befinden sich zwei tolle Restaurants und zwar hochwertiges französisches Restaurant und Café vom Gemeindehaus. Wir befinden uns gerade in der historischen Konditorei. Hier starten meistens auch die Fachführungen durch das Gemeindehaus und wir gehen das auch gemeinsam durch. Und am Ende zeige ich Ihnen natürlich den Svetanasaal. Alle Räumlichkeiten vom Gemeindehaus kann man natürlich auch für ein privates Event, Konzert oder tolles Abendessen mieten. Und jetzt kommt das Schönste. Highlight vom Gemeindehaus. Der prachtvolle und wunderschöne Svetanasaal vom Gemeindehaus. Hier können Sie nicht nur ein Konzert geniessen, sondern auch ein Galaabendessen oder Abschlussabend in Prag feiern und mit Ihren Gruppen geniessen. Bei einem Konzert im Gemeindehaus können Sie im Svetanasaal ca. 1200 Sitzplätze haben. Wenn Sie ein Galaabendessen hier organisieren möchten, bekommen Sie natürlich runde Tische und die Bestuhlung zu einem Gala-Dinner. Im Gemeindehaus finden mehrmals pro Woche Konzerte der klassischen Musik statt. Und wenn wir Ihnen das Gemeindehaus zeigen möchten, mussten wir natürlich auch Pilzen-Restaurant besuchen. In dieser Pilzenstube befinden sich ungefähr 300 Plätze. Und Sie können hier nicht nur ein normales Mittagessen oder Abendessen mit Ihrer Gruppe genießen, sondern natürlich den kompletten Raum auch für einen Abschlussabend in Prag mieten. Und Sie können hier nicht nur die